Servus, grüß euch, hässlich, willkommen zu Flockaldo Episode 10 und gleichzeitig den neuen Humaldo & Friends Podcast. Ja, also das ist heute eine Doppelverwurschtung der Medien, weil mein ganzer Kanalumbau, mein Medienumbau, was ich in den letzten Wochen so vorgenommen habe, ich habe ja Flockaldo schon ein bisschen berichtet drüber, der ist jetzt quasi abgeschlossen, aber es war noch eine einzige Rechnung zu begleichen und das war mein Podcast. Für alle, die meine Podcast-Historie nicht kennen, jetzt schon einmal eine kurze Zusammenfassung. Von 2010 bis 2013 war ich aktiver Podcaster und habe insgesamt 14 sogenannte Hume-Casts veröffentlicht. Die waren damals recht aufwendig gemacht, ziemlich viel geschnitten, ziemlich viel Sound-Design-Geschichten drinnen. Habe ich aber dann eben nach drei Jahren wieder aufgehört, weil ich keine Zeit mehr gehabt habe, Veränderungen usw. Man kennt das, man beendet ja manchmal Formate, wenn man keine Zeit mehr hat. Ich war damals immer wieder zu Gast in verschiedenen anderen Podcasts, wie zum Beispiel im altehrwürdigen Konsol-AT-Podcast, in den heiligen Konsol-Media-Hallen. Das hat sich aber dann wieder aufgehört und die Podcasts sind ziemlich brach gelegen. Aber 2017 habe ich mir gedacht, so, jetzt müssen wir wieder ein bisschen podcasten. Deswegen habe ich dann den Humaldo ein Friends-Podcast ins Leben gerufen. Das war ziemlich genau vor einem Jahr, also Anfang 2017. Habe da aber nur drei Folgen zusammengebracht. Das Konzept war gewesen, dass ich in jede Folge einen interessanten Gast einlade und dann mit denen über sie quatsche, also über die Friends. Da habe ich drei Folgen gemacht. Die erste war mit Jet Lone Star, die zweite dann mit Martin Vornleitner und die dritte mit Florian Scherz. Habe aber dann feststellen müssen, dass ich auch viel zu wenig Zeit dafür habe und dass dieses Humaldo in Friends irgendwie auch nicht so richtig ins Laufen kommt. Deswegen habe ich ab Sommer 2017 dann mal zwei wöchentliche Live-Sendungen namens HumaldoTV Live gleichzeitig auch als Podcast veröffentlicht. Das waren insgesamt 14 Folgen, die auf dem Podcast-Feed rausgekommen sind. Aber wie ich auf Vlogaldo schon öfters erläutert habe, habe ich meine HumaldoTV Marke jetzt weggeschmissen, beendet, gecancelt mehr oder weniger. Somit gibt es kein HumaldoTV Live und auch keinen HumaldoTV Podcast mehr. Die näheren Gründe, warum ich HumaldoTV Live beendet habe und warum ich die HumaldoTV Marke weggeschmissen habe, die findet ihr hier in Vlogaldo Folge Nummer 8 und 9, da rede ich ausführlich drüber. Also sucht einfach auf YouTube nach Vlogaldo und da findet ihr meinen Vlog-Kanal. Die große Frage ist jetzt, wie geht es mit meinen Podcasts weiter? Also als ersten Schritt habe ich mal den Namen rückgängig gemacht, also aus HumaldoTV Podcast ist jetzt wieder Humaldo and Friends worden. Also ihr findet es auch auf iTunes und in die Podcatcher findet ihr mich ab sofort wieder unter Humaldo and Friends. Mein bisheriger Podcast RSS-Feed, der schon seit 2010 bestellt, ist nach wie vor unverändert. Das heißt auch, wenn ihr vor 8 Jahren schon meinen Podcast gehört habt, dann könnt ihr ihn immer noch hören. Das ist immer nur der gleiche Feed und der wird sich auch nicht ändern. Mein Podcast-Setup steht eigentlich auch jederzeit bereit. Das heißt, aus technischer Sicht konnte ich jederzeit wieder Podcasts aufnehmen und veröffentlichen. Das ist eigentlich ein Klacks. Verglichen mit Videoproduktionen sind Podcasts wirklich easy-geasy zum Veröffentlichen. Man muss sich halt nur die Zeit nehmen, ihn überhaupt einmal zu rekorden. Ich habe aber derzeit keine genaueren Pläne für weitere Podcasts. Wie gesagt, mein ganzes Equipment steht bereit. Wenn mir ein guter Grund einfällt, warum ich wieder Podcasts mache, dann kann ich es jederzeit starten. Und wenn ich wieder starte, dann ganz sicher immer mit Gästen. Weil allein quatschen tue ich eh auf Vlogaldo, also mein Vlog-Kanal. Und einen Podcast wird es Gäste geben, da wird es ein munteres Zusammensein sein. Denn ja, seid gespannt, aber ich kann euch halt nicht versprechen, ob und wann da irgendwas daherkommt. Deabonniert also bitte mein Podcast-Feed nicht für euch einen Podcatcher auf dem Handy oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Weil wann dann wieder was kommt, dann seid ihr die Ersten, die dann die Benachrichtigungen am Handy kriegen, dass es einen neuen Humaldo & Friends Podcast gibt. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Podcasts begleiten mich jetzt schon seit 8 Jahren und werden es vermutlich auch noch weitermachen, weil Audio hat sich einfach bewährt als Medium Audio Only. Und wenn mir was Gutes einfällt, über das sich so nebenbei immer wieder Podcasten lässt, dann wird es vielleicht öfters wieder Podcasts geben, aber ich kann, wie gesagt, überhaupt nichts versprechen. Und das war es ja schon wieder mit Vlogaldo Episode 10, eigentlich eine Jubiläumsepisode, was als Special ist ja gleichzeitig als Podcast herausgekommen. Danke wieder fürs Vorbeischauen, ich freue mich immer, wenn jemand sich auf einen Vlogaldo Kanal verirrt und mich da beim Herumstammeln beobachtet und es gibt ja auch Katzen, das bin ja nicht nur ich, Vlogaldo besteht ja zu mindestens 95% auch aus Katzen und nur zu 5% aus einem Humaldo. Ich bin mir sicher, jeder der da zuschaut, hört mir sowieso nicht zu, hat den Ton gemutet und schaut eigentlich nur wegen den Katzen zu. Ja, kann ich voll verstehen. Pfiat euch!